Hallo, ich bin Derli Knödel und ich höre, die versteckten Kameras sind installiert. Also viel Spaß bei Borderline Nosterrafo TV. Es ist die sogenannte Bildonase. Musik 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 Shake your martini, slightly dry Black shoes, black tie Shake your martini, slightly dry Hey, 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 hey Wow, that's right, that's right Hey, 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 hey Wow, Maroon and Knights Don't, don't Jimmy Bone Jimmy Bone, Jimmy Bone Jimmy Bone Jimmy Bone, Jimmy Bone Yeah Jimmy Bone, Jimmy Bone 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 Nee. Na, kommen Sie von der Kirche? Nein. Nein, Sie nicht. Jetzt lassen Sie uns den Deal haben. Nee, ich gucke nicht in den Koffer rein. Sie müssen aber. Manch aber nicht. Hab ich noch nie gemacht. Sie sind doch Hildegard Müller, oder nicht? Nein. Nichts nicht. Scheiße Martha. Oh Martha, da hast du nicht gehört. Tut mir leid. Weiß du nicht, da ***. Ja, ich gucke dich. Ja, ich gucke dich. Wir müssen die Wache überprüfen. Was? Wir müssen die Wache überprüfen. Was? Was von der Wache? Die Wache an dem Koffer. Das war der Deal. War zufrieden. Wir müssen die Wache überprüfen. Wenn die nicht zufrieden sind, dann kann der Deal nicht zustande kommen. Wir müssen die Wache überprüfen. Wir müssen die Wache überprüfen. Sie stecken da mit drin. Wir müssen die Wache überprüfen. Was haben Sie Ihren Sohn? Sie stecken da mit drin. Sie müssen jetzt die Wache überprüfen. Mein Sohn. Ich habe keinen Sohn. Nicht Hildegard Müller? Nein. Nein, da verwechseln Sie mich. Okay, okay, okay. Ich gehe. Tut mir leid. Tiefen Wines the Day Loss extremes Du hast die Geld? Ja. 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 Check es. Bitte check es. Bitte check es. Es ist empty. No deal. Es ist empty. Was ist hier? Ich habe ein Nobody here! Ich frage da... Ich frage da... Ich frage da... Ich frage da... Ähm... Tut mir leid, ich helfe nicht raus. War es noch? Ich würde es Ihnen trotzdem kurz vorstellen. Sie können es nur einfach falsch abziehen. Ich stelle es... Sie kaufen das jetzt. Es ist eine Marktlücke. Ich zeige es Ihnen nur kurz... Ich komme dann wieder, wenn Ihr Chef da ist, das können Sie mir sagen. Ich möchte es Ihnen einfach nur kurz vorstellen. Wenn Sie schon früher vergeben würden... Also es ist eine Marktlücke, die ich entdeckt habe. Es ist die sogenannte Dildonase. Und zwar wird jetzt neben dem Oralen, dem Analen und dem Marginalen Verkehr auch quasi der Nasale verkehrt. Sie gucken es sich einfach mal an. Und sagen... Was halten Sie davon? Ja, ist okay. Reicht bitte. Ist das machbar? Kann man das hinzufügen? Nein. Es reicht jetzt und bitte gehen Sie jetzt. Wenn kein Dich, das klar ist, wo bist du denn? Dann werden sich andere eine goldene Masse daran verdienen. Ja. 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 Ja.